Also, wie leben wir jetzt unsere Core-Values, den Macher, den Fokus und die Begeisterung? Und das bedingt für mich tatsächlich sogar zwei Antworten, weil das hat für mich eine Innenperspektive und eine Außenperspektive. In der Außenperspektive sind alle meine Kunden, alle Nutzer, die Blingit lieben, die Blingit umsetzen. Begeisterung, Haken dran, natürlich macht es mehr Spaß mit begeisterten Kunden. Macher und Fokus, was bedeutet das jetzt? Macher sind diejenigen, die einfach mal experimentieren, die irgendwas ausprobieren. Und wir haben das auch erlebt, die Kunden von uns, die am schnellsten erfolgreich geworden sind, sind einfach über ihren Schatten gesprungen, haben gesagt, ich suche mal ein Thema aus, vielleicht eine Übungsgruppe oder zwei, drehe zwei, drei Videos hier vorm Smartphone oder wo auch immer, setze die ein, hole mir Feedback, fang wieder an. So würde der Macher vorgehen. Auf der anderen Seite der Skala wäre vielleicht jemand, der jetzt erst eine riesige Veranstaltung mit 20 Leuten involviert plant, umsetzt, baut, noch nicht geübt hat und nach drei oder vier Monaten seine Teilnehmer damit konfrontiert. Das ist jemand, ich habe am Ende was gemacht, aber nicht dieser Macher, den wir spüren wollen, der einfach vorangeht, Dinge ausprobiert. Beides kann zum Erfolg führen. Die Wahrscheinlichkeit, mit kurzen Iterationen voranzukommen, ist deutlich höher. Das haben wir zumindest so gesehen. Der Fokus, ganz klar, ich möchte mich auf eine Sache konzentrieren, wenn ich jetzt sage, ich möchte genau eine Sache umsetzen, bleibe ich da auf dem Fokus. In der Innenperspektive ist das etwas, was wir auch in unserem Team jeden Tag von uns selbst und voneinander verlangen. Nämlich, dass ich mich fokussiere auf eine Aufgabe, die ich dann auch zum Ende bringe, bis zu einem Stadium, dass ich sie wieder übergeben kann. Das Ende muss nicht unbedingt das Detaillierteste oder Größte oder Beste sein, sondern etwas, was abgeschlossen ist. Dann habe ich Fokus erreicht, wenn ich auf eine Aufgabe bis zu deren Abschluss arbeiten kann. Und der Macher natürlich, der rangeht und etwas umsetzt und die Begeisterung in der Sache, jeden Tag sich dafür zu begeistern, was ich mache. So leben wir innen sowie außen den Macher, den Fokus und die Begeisterung bei Blinkit.